So, weiter geht's. Heute mit dem nächsten Ding. Dann fahren wir mal das Auto hier. Da habe ich da gerade ein bisschen Bock mehr drauf drauf. Auf geht's. Vier Rennen, genau dann. Fünf Runden, okay. Im ersten Rennen, aber gut, weil die Schrecke, die nur 1,2 km lang ist, sollte das kein Problem sein. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Christen, was denkst du? Warte, wir wurden gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. Jetzt haben wir jetzt mal eine Zellex. Versuchen wir es mal zu rocken. Das war's. Der Wagen ist durchgekommen und sichern sich die Position. Ich versuche jetzt gerade hier nochmal ein bisschen aufzuholen hier. Da habe ich schon das Ziel. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Das war alles auch noch gut. Aber wir können so ein bisschen nach vorne drücken. Jetzt bin ich. Das war's. Was für ein Schnellquell. Ihre Fahrer kommt zum Schildschall, um hier ins Raum zu finden. Das war schnell und sauber. Ich muss vollgefahren. Es geht weiter, wenn Runde 3. Platz 4. Gutes Tempo. Du bist in Runde 3. Mach ein paar Plätze gut. Jetzt kommen wir rein, Freunde. Jetzt sind wir wieder vorne. Jetzt sind wir vorne. Jetzt sind wir vorne. Noch zwei Runden zu fahren. Jetzt geht's gleich in unsere letzte Runde. Jetzt sind wir vorne. Zwei Runde. Zwei Runde. Aber ja. Jetzt geht's wieder in unsere letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Und damit haben wir es, das Rennen schon mal durch. So, zwei Runden. Äh, 5, irgendwas Kilometer. Wir sind jetzt auf... Das ist 8. Na dann, schauen wir mal. So, jetzt sind wir noch ein bisschen durchzudrücken hier. Wir sind zumindest wieder vorne. Wir haben zwei Runden, wie gesagt. Hier ist es nicht. So, jetzt sind wir noch ein bisschen weg. 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 So, jetzt... Oh, so, noch nicht. Okay, war nur eine Sekterzeit. Okay, dann haben wir noch etwas mehr zu tun. So, jetzt sind wir noch ein bisschen weg. 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 So, jetzt sind wir jetzt die. So, jetzt können wir noch ein bisschen weg. Ah, wasser. Da gibt es noch ein Problem. Oh, le problème... Beaucoup s'arrêtent. So, ich muss jetzt gar nicht wieder etwas wegwerfen. Diesmal nicht. Ohne Probleme geschafft. Hauptsache wir sind Erster. Zwölf Sekunden waren sollen wir noch. Naja, passt. So. Seepang. Also mal da ist ja... Wir gehen demnächst nur in drei Runden auf 2,7 Kilometer und 2,8 knapp. Und wir stehen noch vier. Wir sind weit vorne. Hallo und willkommen zum heutigen Event. Kristen, was steht heute auf dem Programm? In dieser Serie trete ich am liebsten an Alex. Jeder Wagen ist perfekt eingestellt und hat verbesserte Aerodynamik für maximalen Abtrieb. Diese Wagen liegt... Entschuldige, es ist gleich so weit. Los geht's. Kann eben die Ruhe bis nach Ober-1 verteidigt werden. Hoffe ich nicht. Was hab ich gesagt? Wacht. So. 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 Matt, Ja, wir werden schon durchgereicht, ey. Ich hab's den Dach. Ob wir das noch rühren können, na kurz dann. Wir haben drei Minuten Zeit um das hier aufzuprobieren. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Direkt da. Ah, der will uns nicht verweidert, der Kollege. So, jetzt hab ich den nach vorne noch mal eingefangen bekommen. So, jetzt hab ich den nach vorne nochmal eingefangen bekommen. Ja, ja, irgendwie. Gibt's auch noch? So, jetzt mal mit der letzten Rudernführung. Und damit haben wir's. Super. Gut. Gut. Level 35 und das letzte Rennen sind drei Runden auf 1,6 Kilometer. Und hier geht's auch 2,4 rein. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Ja, ich bedaufe gerade und wir können also kurz ins Letzte Rennen gehen. Letzte Rennen für heute. Wir können hier noch fahren und dann geht's mit dem Motor weiter. Also mal vier Rennen. Ja, jetzt können wir uns jetzt alles liegen ja da drin. Und dann haben wir's. Ja, erste Runde durch. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, jetzt können wir's. Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin jetzt. So. 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 Die Kurven hier noch. Super Kombination. Dann haben wir noch eine Runde. Ja. Okay, das ist die letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Ja. Ja, so zwischen zwei. Die O-Leiter. Das heisst absolute Weltzeit. Jetzt hat's warm up sowas verloren. Und auch im letzten Sektor kriegen wir gerade eine beste Zeit rein. Egal. Aber wir haben's geschafft. Nix versehen von so einem Teamkollegen, der sogar auf 15 jetzt hier kommt, am Ende. Naja. Ah. Sehr enttäuschend, was er abgeliefert hat. Aber auch so im ersten Rennen also. So, wir sind durch. So, geschafft. Und dann sind wir durch diese Woche und wir sehen uns am Montag wieder mit dem nächsten Ding hier. Und zwar diesem Jahr. Hier haben wir vier in. Und das. Schauen wir uns an einem Montag, wie gesagt.